Statt ein Kind in die Wildnis zu setzen, um von Tieren aufgezogen zu werden, dreht er den Spieß um und nimmt einen unserer nächsten Verwandten aus dem Tierreich, um ihn wie einen Menschen aufzuziehen. Heute schauen wir uns das Affen- und Kind-Experiment an. Willkommen auf der dunklen Seite der Wissenschaft. Unsere Geschichte beginnt in der Abrio-Kolonie in Kuba im Jahr 1930 mit der Geburt einer weiblichen Schimpansin. Am 15. November wurden das Baby und ihre Eltern dem Yerkes-Nationalen Primatenforschungszentrum gespendet. Nicht lange nach ihrer Geburt wurde das Forschungszentrum von dem Eugeniker Robert Yerkes geleitet und für medizinische Forschungen zur vergleichenden Psychologie genutzt. Das Schimpansen-Baby bekam den Namen Gua und im Juni 1931 wurde sie im Alter von siebeneinhalb Monaten gewaltsam aus dem Käfig ihrer Mutter entfernt und zu einer neuen Familie geschickt für ein vergleichendes Experiment. Ihre neue Familie waren die Wissenschaftler Luella und Winthrop Kellogg und ihr zehn Monate alter Sohn Donald. Aber bevor wir weitermachen, hier einige Hintergrundinformationen zu den Kelloggs und warum dieser junge Schimpanse ein Bewohner in ihrem Haus wurde. Winthrop und Luella hatten 1920 geheiratet. Das Paar hatte sich an der Indiana University kennengelernt. Während des Studiums war Winthrop in einem sehr vielfältigen Satz von Forschungsthemen involviert, konzentrierte sich aber im Laufe der 1920er Jahre auf Konditionierung und Lernen. Er war fasziniert von dem relativen Einfluss von Natur und Pflege auf das Verhalten. Und wenn man das Element der Pflege isolieren könnte, was wäre, wenn man ein Tier, zum Beispiel einen Primaten, genauso aufziehen könnte wie einen Säugling? Würde sich die Entwicklung des Schimpansen ändern? Oder würde er vielleicht sogar beginnen, sich wie ein Mensch zu verhalten? Er hatte das Konzept eines vergleichenden Experiments während seiner postgraduierten Tage an der Columbia beim Studium für seinen Master im Jahr 1927 geplant. Kellogg war zu dieser Zeit fasziniert von Berichten über wilde Kinder, die mit Wölfen lebten. Er glaubte, dass die Säuglinge lernten, wie Wölfe zu leben, weil das ihre Umgebung von ihnen verlangte. Also, wenn man den Spieß umdrehen könnte, könnte ein wildes Tier vermenschlicht werden. Die Geburt von Kelloggs erstem Kind bot eine einzigartige Gelegenheit, und das war, das Kind zusammen mit einem Primaten vergleichend aufzuziehen. Kellogg stellte sich vor, wenn er einen Schimpansen mit Donald, ihrem Sohn, wie Geschwister aufziehen könnte, könnte er dann die Unterschiede in der Natur sehen. Der Schimpanse würde kein Haustier sein, sondern genau auf die gleiche Weise, wie das menschliche Kind behandelt. Sie würden mit der Flasche gefüttert, gebadet, bekleidet, gehandhabt und in einem Kinderwagen herumgeschoben werden. Es würde dazu gebracht, aufrecht zu gehen, genauso wie ein Kind, und würde wie ein Mensch auch in seinen Fehlern korrigiert. Der Schimpanse würde auch unterrichtet und ermutigt, mit einem Löffel zu essen und wie ein Kind mit Kinderspielzeug zu spielen. Dem Primaten wäre nicht erlaubt, auf eine andere Weise zu lernen als die menschliche, was dem Experiment die Chance gibt, einen menschlich handelnden Schimpansen zu erschaffen. Um sein Experiment zu erleichtern, suchte Kellogg Hilfe bei Yerkes. Er erhielt das Stipendium des Social Science Research Council, um an der Yale Anthropoid Station in Florida zu arbeiten und sich auf sein Experiment im Jahr 1931 vorzubereiten. Es versteht sich von selbst, dass dies den Umzug der Kellogg-Familie nach Florida erforderlich machte, und nicht lange danach würde Gua, der Schimpanse, der Familie beitreten, um dieses bizarre Experiment zu beginnen. Gua und Donald wurden im Sommer 1931 im Alter von siebeneinhalb bzw. zehn Monaten vorgestellt. In jeder denkbaren Weise wurden die beiden von Winthrop und Luella behandelt, als wären sie Bruder und Schwester. Sofort begannen die Kelloggs, die physischen und verhaltensbedingten Unterschiede zwischen den beiden Kindern zu notieren. Ersteres war ziemlich einfach, da es sich um zwei verschiedene Tierarten handelte, und Gua hatte längere Arme als Donald und deutlich größere körperliche Fähigkeiten. Gua hatte fast alle ihre Zähne, während Donald nur zwei hatte. Um die Unterschiede sowohl physiologisch als auch psychologisch zwischen den beiden festzustellen, dachte Kellogg sich einige seltsame und etwas grausame Experimente aus. Kellogg interessierte sich sehr für die Unterschiede in der Entwicklung der Knochenstrukturen der beiden. Um dies zu erforschen, testete er die Unterschiede durch Klang, indem er sowohl Donalds als auch Guaskopf mit einem Löffel schlug, um einen Unterschied in der Verhärtung des Schädels zu hören. Er stellte fest, dass Donalds Kopf einen dumpfen Plopp ausstrahlte, während Guas einen schärferen Klang machte, was darauf hindeutete, dass die Knochen des Schimpansen härter waren. Seltsamerweise hatte Kellogg Gua zuvor geröntgt und bereits gewusst, dass ihre Knochendichte der eines zweijährigen Menschen entsprach. Um die Unterschiede in den Reaktionszeiten der beiden festzustellen, erfanden die Kelloggs ein interessantes Experiment. Sowohl Donald als auch der Schimpanse wurden vor eine Filmkamera gesetzt. Dies sollte eine Überprüfung der Reaktionen ermöglichen. Später, nachdem sich die beiden beruhigt hatten und die Kamera aufnahm, wurde ein Revolver in der Luft hinter ihnen abgefeuert. Beide erschraken und es stellte sich heraus, dass Gua schneller reagierte als ihr menschliches Geschwister. Das Experiment wurde einige Monate später mit fünf weiteren Kindern im Alter zwischen 17 Monaten und 8,5 Jahren wiederholt. Der Grundtag für die beiden Kinder bestand aus einem Aufwachen um 7 Uhr morgens, Frühstück um 7.30 Uhr, dann bis 8.30 Uhr morgens, Sitzen mit den Erwachsenen am Frühstückstisch. Von 9 Uhr morgens bis zum Mittagessen war die Zeit mit kontrollierten Beobachtungen, Autofahrten, Spielen im Freien und Drinnen, Fotografieren und verschiedenen Experimenten gefüllt. Nach dem Mittagessen um 12.15 Uhr folgte die Mittagsruhe, dann die Badezeit und zwischen 15.31 Uhr und 16.00 Uhr mehr Experimente, Beobachtungen, Spielzeit und Tests, um den Tag beim Abendessen um etwa 18.00 Uhr zu beenden, gefolgt von Bettzeit um 18.30 Uhr. Die Tage liefen nicht immer streng nach diesem Plan ab, da die Kelloggs verschiedene Verpflichtungen hatten. Während der ersten zwei Wochen des Experiments wurde Guas Reflexverhalten aufgezeichnet. Ein interessantes Verhalten wurde festgestellt. Der Schimpanse hatte Probleme mit ihrem Gleichgewicht nach dem Aufstehen. Die Familie Kellogg kam zu zwei Schlussfolgerungen darüber. Die erste war, dass sie noch nicht vollentwickelt war. Aber die andere Schlussfolgerung war, dass sie desorientiert wurde, weil sie zu ihren menschlichen Beobachtern aufschauen musste, mehr als wenn sie in der Wildnis wäre. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem, da diese neue Umgebung definitiv verwirrend für sie gewesen sein muss. Gua passte sich sehr schnell an ihre neuen Schlafarrangements an. Ein Kinderbett wurde konstruiert und so gestaltet, dass es für ein Kleinkind mit Matratze, sauberer Bettwäsche und sogar Nachtkleidung nutzbar war. Als dies vorübergehend entfernt wurde, war ihre Reaktion vorhersehbar. Sie begann in Verzweiflung zu schreien. Guas Reaktionen, wenn sie müde war, waren sehr charakteristisch für ein menschliches Kind. Wenn sie hochgehoben wurde, versuchte sie sich anzukuscheln, und wenn sie aufgesetzt wurde, nickte ihr Kopf nach unten, nur um erschrocken wieder hochzukommen. In den ersten zwei Monaten schlief Gua mehr als Donald, hauptsächlich nach den Mahlzeiten. Aber als sie älter wurde, schlief sie tagsüber weniger und kam schließlich auf den im Tagesplan vorgesehenen einen Mittagsschlaf. Donald hingegen schlief nachmittags zwei oder mehr Stunden. Guas Schlaf in der Nacht war während des Experiments problemlos, etwas, das aus Erfahrung nicht oft bei einem menschlichen Kind der Fall ist. Aber im Verlauf des Experiments begann sie mit ihrer Bettwäsche ein Nest zu bauen, etwas, das Schimpansen in der Wildnis mit Zweigen in Bäumen tun. Sie hatte niemanden anders dies tun sehen und zeigte somit, dass das Verhalten möglicherweise erblich war oder als ein Kleinkind betrachtet werden könnte, das nachts in seinem Bett spielt. Während des Experiments wurden beide Subjekte während ihrer körperlichen Entwicklung beobachtet. Donald hatte einen Gehhilfe-Kinderwagen. Dies lag daran, dass menschliche Kleinkinder das Laufen nicht vor mindestens zehn Monaten entwickeln. Gua konnte zu dem Zeitpunkt, als sie bei den Kelloggs war, bereits laufen. Sie hatte auch einen Kinderwagen, benutzte ihn aber eher als Spielzeug statt als Gehhilfe. Interessanterweise begann Gua, die Art und Weise, wie Menschen laufen, nachzuahmen. Sie nahm eine aufrechtere Haltung an. Der Schimpanse zeigte eine viel schnellere Entwicklungsebene als Donald für das Alter. Das Experiment fuhr fort, die Unterschiede zwischen den beiden in der Art und Weise zu beobachten, wie sie mit ihrer Umgebung interagierten. Während der Kleinkindmonate der Kindheit beginnen das Lesen und die Sprache sich zu entwickeln. Teil davon ist die Fähigkeit, auf Dinge zu zeigen, die das Kleinkind interessieren, und Gua zeigte diese Verhaltensweisen ebenfalls. Die beiden Kleinkinder schienen fast von Beginn des Experiments an, die Gesellschaft des Anderen zu genießen, wobei Donald große Freude daran hatte, mit seiner neuen Schwester zu interagieren. Gua streckte die Hände nach Donald aus, streichelte sein Haar. Im Verlauf des Experiments schien es, als ob die beiden, besonders Gua, aneinander hingen, immer direkt auf ihn zusteuerten, wenn er den Raum betrat, und merklich aufgeregter waren, wenn sie mit Donald spielten. Wenn Gua für etwas Falsches getadelt wurde, ging Donald zu ihr und umarmte den Schimpansen. Als Donalds Sprache sich entwickelte, konnte er sogar den Namen seiner Schwester sagen. Als ein anderes älteres Kind namens Marta eingeführt wurde, verhielt sich Gua ähnlich, indem sie die dreieinhalbjährige Umarmte an ihren Haaren roch und ihre Hand hielt. Interessanterweise war Gua viel zurückhaltender und schüchterner gegenüber menschlichen Erwachsenen, was mir sehr ähnlich erscheint, wie sich ein menschliches Kind laut und aufgeregt mit seinen Altersgenossen verhalten mag, aber ruhig und schüchtern gegenüber Erwachsenen. Guas Verhalten gegenüber neuen Erwachsenen war noch schüchterner, und manchmal schien sie sogar ängstlich. Die Interaktionen des Paares mit anderen Tieren waren ebenfalls charakteristisch kindlich, wobei Gua die Katze ihrer Nachbarn streichelte und scheinbar keine Angst hatte, sich erwachsenen Hunden zu nähern, ganz wie ein menschliches Kind. Aber das änderte sich im Alter von elf Monaten, als ein Welpe nach ihr bellte, nachdem sie fälschlicherweise das Laufen des Hundes als ein Fangenspiel interpretiert hatte. Von da an hatte sie Angst vor fast allen anderen Tieren, einschließlich Hühnern, Katzen und sogar Vögeln in den Bäumen. Guas emotionale Reaktionen darauf, für eine Reihe von geringfügigen Verhaltensverstößen getadelt oder bestraft zu werden, lösten eine interessante Reaktion aus. Sie wurde merklich gestresst und näherte sich dann den Experimentatoren für Zuneigung oder einen Kuss als eine Form der Vergebung für das begangene V-Pass. Dies ist eine ähnliche Art von Verhalten, die bei Kindern beobachtet wird, aber erst später in der sozialen Entwicklung auftritt. Ungefähr zwischen 18 und 24 Monaten zeigte sich, dass Gua sich emotional schneller entwickelte als Donald und dass sie sehr menschenähnliche Verhaltensweisen lernte. Sie hatte gelernt, Türen zu öffnen, insbesondere eine Schwingtür, einen Monat vor Donald, im Alter von einem Jahr. Gua hatte herausgefunden, dass Lichtschalter die elektrischen Glühbirnen steuerten. Daher, wenn ein Erwachsener seine Hand zum Schalter hob, schaute Gua in Erwartung der Beleuchtung zum Licht. Die Experimentatoren versuchten beiden beizubringen, wie man Backe-Backe-Kuchen spielt. Donald lernte es ziemlich schnell und folgte dem Spiel mit kleinen Aufforderungen fröhlich. Gua hingegen lernte nie richtig, wie man spielt, obwohl sie täglich die Gelegenheit zum Üben bekam. Die beiden Versuchspersonen wurden auch auf der Toilette trainiert. Gua hatte mehr Unfälle als Donald und schien verlegen zu sein, wenn sie passierten. Schließlich würde sie anzeigen, dass sie auf die Toilette wollte, indem sie UU machte und ihren Genitalbereich hielt. Dies entwickelte sich dahin, dass sie zu einem Experimentator ging und durch Ziehen an der Hose des Erwachsenen andeutete. Während des Experiments wurde beiden Subjekten die Gelegenheit gegeben, einen Löffel zu benutzen. Wie bei vielen anderen Beobachtungen sahen die Kelloggs, dass Gua in der Fähigkeit, den Löffel zur Selbstfütterung mit wenig Unordnung zu benutzen, weit voraus war im Vergleich zu Donard, der diese Fähigkeit erst mit ungefähr 18 Monaten meisterte. Ein weiterer Test wurde entwickelt, bei dem eine Belohnung hinter einem Drahtgeflecht angebracht war, das an einem Türrahmen befestigt war. Der einzige Weg, an die Belohnung zu gelangen, war die Verwendung einer Hacke, um sie unter einer kleinen Lücke im Gitter hindurchzuziehen. Obwohl beide die Lösung nach ungefähr 100 Versuchen herausfanden, erwies sich Gua als konsistenter in ihrer Erfolgsrate. Die Kelloggs wollten als nächstes in einen wesentlichen Teil der menschlichen Erfahrung eintauchen, und das war etwas, das uns einzigartig macht. Die Sprache. In diesem Teil blieb Gua zurück und Donald entwickelte einige seltsame neue Verhaltensweisen. Guas Sprachentwicklung unterschied sich von der eines menschlichen Kindes in dem Sinne, dass sie ihre Wünsche physisch kommunizierte, wie zum Beispiel auf ihren Mund zu zeigen, wenn sie essen wollte. Wie wir bei ihrer Toilettentrainierung sahen, wurde der Bedarf nonverbal angezeigt. Dies galt auch, wenn sie spielen wollte, indem sie eine oder beide Hände ihres beabsichtigten Spielkameraden ergriff. Sie würde auch die Hände der Experimentatoren zu Gegenständen ziehen, bei denen sie Hilfe benötigte. Die vokale Kommunikation, die Gua erreichte, beschränkte sich auf Oos, Ers und Grunzen. Hier übertraf Donald, da er fast von Beginn des Experiments an versuchte, seine Emotionen und Bedürfnisse zu vokalisieren. Dies entwickelte sich zum Vokalisieren tatsächlicher Wörter, eine Leistung, die Gua nicht erreichte. Aber etwas ziemlich Besorgniserregendes begann bei Donald deutlich zu werden, dass seine Sprache ins Stocken geriet. Dies lag wahrscheinlich an seinem Mangel an Sozialisierung außerhalb der experimentellen Einstellung, und daher konnte er Wörter, die durch Interaktion mit Gleichaltrigen entdeckt wurden, nicht aufgreifen. Er besaß nur etwa sechs Wörter, zeigte aber Anzeichen von vokaler Imitation, allerdings nicht von seinen menschlichen Betreuern, sondern stattdessen von seiner Schimpansenschwester. Die Kelloggs bemerkten, dass Donald wie ein Hund bellte, um bestimmte Emotionen zu kommunizieren. Das Kind würde auch kreischen, schreien und sogar Uh machen wie ein Affe. Gua lernte zwar nicht selbst, Wörter zu sprechen, lernte aber die an sie gerichteten Wörter. Anfangs reagierte sie nur auf den Ton, wie die Wörter gesprochen wurden, begann aber Anzeichen zu zeigen, dass sie zwischen verschiedenen Befehlen unterscheiden konnte. Anfangs reagierte sie auf Nein und Küss, aber ihr Wortschatz an Reaktionen erweiterte sich schließlich auf ungefähr 95 Wörter, einschließlich der Fähigkeit, Teile ihrer Anatomie zu zeigen, wenn danach gefragt wurde. Donald lernte von Anfang an langsam Befehle, aber das ist wahrscheinlich seiner geringeren Mobilität im Vergleich zu Gua zuzuschreiben. Sobald er geschickter im Klettern und Gehen war, würde er seine Schwester überholen. Donalds offensichtliche soziale und vokale Probleme verursachten Besorgnis im neunten Monat des Experiments bei Luella, und daher wurde das Experiment abrupt beendet. Gua wurde aus einem menschlichen Haushalt vertrieben und am 28. März 1932 zurück zu Robert Yerkes geschickt. Von dort aus wurde sie Gegenstand einer Reihe anderer Experimente, die von Roberts Frau Ada durchgeführt wurden. Aber was ist mit all den gesammelten Daten aus der Studie, und was war das Ergebnis des neunmonatigen Affen- und Baby-Experiments? Nun, die Kelloggs, nun wieder eine konventionelle Familie, zogen zurück nach Indiana, und das Paar machte sich daran, ein Buch zu schreiben und ihre Studie zu veröffentlichen. Winthrops Ergebnisse zeigten, dass er enttäuscht war, dass Gua eine Entwicklungsmauer erreicht hatte. Er hatte im Allgemeinen gehofft, dass das Eintauchen des Affen in den menschlichen Haushalt das Gegenteil eines wilden, von Wölfen aufgezogenen Kindes geschaffen hätte. Es ist unbestreitbar, dass Gua viele menschenähnliche Verhaltensweisen entwickelte, wie zum Beispiel aufrechter zu gehen, relativ stubenrein zu sein, eine Vielzahl von Befehlen zu verstehen und sogar ihre Problemlösungsfähigkeiten zu zeigen. Letztendlich war Gua durch die Tatsache begrenzt, dass sie ein Schimpanse war und dass ihre Erblichkeit ihre Sprachfähigkeit begrenzte. Das Experiment wurde öffentlich gemacht, als der Artikel im American Psychological Journal veröffentlicht wurde. Er wurde so geschrieben, dass er möglichst viele Menschen ansprechen sollte. Dies generierte, nicht überraschend, viel Interesse in der Presse zu der Zeit und bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eines vollständigen Buches im Jahr 1933 führte die Studie und ihre leichte Zugänglichkeit zu polarisierenden Meinungen. Viele Kritiker wiesen darauf hin, dass Gua in so jungen Jahren von einer biologischen Mutter getrennt wurde und das plötzliche Ende ihrer Adoption. Dies muss zweifellos sehr traumatisch für den jungen Schimpansen gewesen sein, zweimal aus ihrem wahrgenommenen Zuhause gerissen zu werden. Aber die größte Kritik kam verständlicherweise von der Verwendung von Donald als Testobjekt. Schließlich wurde die Studie auf Luellas Drängen beendet. Die erweiterte Dauer von neun Monaten, in denen Donald im Experiment verwendet wurde, führte dazu, dass seine Entwicklung gestört wurde. Und es versteht sich von selbst, dass dies Fragen zur Ethik der Studie aufwirft, besonders wenn durchaus ein Kind für Gua, um mit Menschen aufgezogen zu werden, nicht einmal nötig gewesen wäre. Eine Reihe von Tests während der Studie waren fragwürdig, wo das Kind im Besenexperiment frustriert wurde, auf den Kopf geschlagen und mit der Pistole erschreckt wurde. Aber wie erging es den Probanden später im Leben? Nun, leider würden beide Teilnehmerleben in Tragödien enden. Gua würde am 20. Dezember 1933 an einer Lungenentzündung sterben, weniger als ein Jahr, nachdem sie die Kellogg-Familie verlassen hatte, und kurz nachdem sie drei Jahre alt geworden war. Donald würde im Alter von 43 Jahren im Jahr 1973 sein eigenes Leben nehmen. In jeder Hinsicht war er gesund aufgewachsen, studierte Medizin und spezialisierte sich auf Psychiatrie. Ob seine Erziehung zu seinem Untergang beigetragen hat, werden wir nie wissen. Luella und Winthrop würden 1972 versterben. Wo würden sie dieses Experiment auf ihrer ethischen Skala einordnen? Auf meiner ethischen Skala gebe ich ihm etwa eine 5 oder 6. Ich bin der Leihmutter. Ich bin der Leihmutter. Ich bin der Leihmutter.